Oh, nicht der schon wieder. Nee. Boah, liebe Freunde der Leuchten-Unserchen-Unterhaltung. Ich schon wieder vor dem Video. Was, machst du jetzt nochmal schlechte Animationen? Nee. Richtig. Heute nicht. Heute gibt es coole Animationen, aber auch, wie gesagt, mehrere, beziehungsweise zwei Stück. Denn eine war sehr, sehr kurz. Und das dachte ich mir, sind wir ein bisschen zu kurz, um die einfach nur alleine in der Raumziehe stehen zu lassen. Deswegen, von der lieben Sidi war das, glaube ich, let's go. Fun Fact ist, ich habe jetzt einen Ausweis bekommen. Immer noch nicht auf der Liste. Ich habe aber einen netten Mann gesagt, ich kann gerne noch viermal wiederkommen heute. Würde ich auf der Liste stehen. Und dann hat er mich sehr nett angeguckt und gesagt, nimm die Dauerkarte und geh. Mega gut. Passt auch ganz gut zur Story. Falls ihr die nicht gesehen habt, das war alles von den Leipzig-Vlogs, die Szene. Guckt euch die Vlogs gerne nochmal an. Ich fand die selber ganz witzig von dem Leipzig-Wochenende. Selbst Diener hat gesagt, er fand einen gut. Es waren drei Stück. Einer davon war auf jeden Fall auch für den Meister eine akzeptable Performance. Von daher, Leipzig-Vlogs einfach mal eine Woche zurückgucken oder so. Oder zwei Wochen. Zwei Wochen zurückgucken. Es gibt... Boah, die Zeit vergeht, Alter. Wie gesagt, einfach mal reinziehen. Einfach mal angucken und da vorbeischauen. Mein Name ist Jack Bauer. Ich habe 13 Stunden Zeit, um ein Eis zu holen. Jetzt kommen wir zur wunderbaren zweiten Animation. Die ist auch ganz cool gewesen. Es ist ein bisschen länger. Ich schnack nicht so viel. Wir gucken rein, Alter. Wir gucken rein. Ja. Ich begrüße Sie hierher sehr herzlich auf der MS Deutschland. Wir haben hier keine Gewürzen und Mühe gespart, um Ihnen alles Mögliche zu zeigen. Das ist hier ein kleiner Schlitz. Wir haben hier ein Kino. Man muss einfach sagen, es ist wirklich... Oh, oh, oh Gott. Da kommen wir vorbei. Alles gut. Wir gucken auch immer ganz nah an... Ey, es ist wohl etwas passiert. Oh, wach. Ich glaube, wir sinken. Wir sinken. Oh mein Gott, wir sinken. Man überwoh... Mach mal runter jetzt hier, Alter. Lass mal gehen, bitte jetzt. Gut, das war von dem Crack-Captain die wunderbare Animation. Die kennen wir auch noch, weil das war damals, als ich noch Crack genommen habe und Kapitän war. Das sind meine Haare hier oben so. Das war... Oh Gott, ey. Das sieht aus wie... Wie Müll. War von einem meiner zahlreichen inzwischen MLG-Compilations, die Weltklasse sind, weil ich Major League auf jeden Fall derp game. Let's go. Nach wie vor gilt, wie immer bei Animationsvideos, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen saftigen Daumen nach oben da, wenn ihr animieren könnt oder jemanden kennt, der animieren kann. Oder irgendeine Fabio-Szene habt und das dann animieren wollt oder da irgendwen kennt oder ever. Macht eine Animation, ladet die hoch. Ich schaue mir das in den Nachrichten an, in den YouTube-Nachrichten. Kriege ich das hinzugeschickt. Bitte von euch auf einem nicht gelisteten Video. Mediafire-Links und sowas lade ich nicht runter, wenn ich euch kenne. Ich lade keine privaten Daten runter. Bitte YouTube-Link einfach mir schicken. Dann schaue ich mir das an. Könnt ihr bei euch veröffentlichen auf dem Kanal. Könnt ihr auf nicht gelistet stellen, wie ihr lieb und lustig seid. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder bei einem Animateuren. Die stehen in der Beschreibung beide verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Bup.